Gratuliere Mädels! Der erste Schritt ist geschafft. Ihr habt euch erfolgreich für die Miss St. Online-Wahl registriert. Weiter geht es so. Ihr ladet so viele Freunde, Fans und Bekannte wie möglich ein. Ob ihr das über Facebook, Twitter und Co. macht, bleibt euch überlassen. Mitte Dezember beginnt die Voting-Phase. Ab dann können Fans, Freunde und Familie für euch abstimmen. Wer zum Schluss die meisten Stimmen hat, wird Miss St. Online und steht damit automatisch im Finale der Wahl zu Miss Austria 2013. Viel Spaß und Erfolg beim Surfen, Posten und Freunde finden. Wir sehen uns auf St. Online.